hallo willkommen zu einem neuen let's play and talk disco elysium heute ist es donnerstag der siebte siebte 2022 15 15 23 und wir sind immer noch in dem seltsamen mietshaus ja und müssen hier jetzt mal weiter gucken die tafel hatte ich ja schon geguckt oder ja noch jemand hat entwickler des fortschrittlichen rollenspiel zum universum quer bei notizbuch okay this old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker the mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin it looks ghostly and strangely ancient okay the whole thing resembles kater mosaik tiles very authentic moment woher weiß ich wie mosaik fliesen aus ketra aussehen history classes students with their textbooks studium the roots of our civilization those aquarell blue tiles look beautiful in the sun und was soll denn das darstellen radio frequencies it seems ukv one two three point six ukv one two three point seven ukv one two three point nine some written notes to sparse and cryptic okay und wofür die funk funk frequenzen unclear it looks like a cardio vascular system split into veins and capillaries very advanced also haben wir jetzt hier mit etwas medizinischen medizinischem zu tun nicht wahr im Moment wer ist der spiel leider Wenn das ein Spiel ist, wer spielt es dann? Die Stationserinnen unter den Stations sagen, dass Menschen von sechs Isolas spielen würden. Mwindi, Inselinda, Kotla, Grar, Samara und sogar Ilmara. Es ist nicht so, dass ein kleine Basement-Studio hier ein bisschen ausgedrückt. Ganz sicher. Oh nein, die ETA-Breite muss im Endeffekt Kosten verursacht haben. Und sonst? Ich sehe mir mit zugeknüpfenen Augen die Linien an. Ja, das war ja die, die ich mir angeguckt habe. Da ist der Typ mit dem weißen langen Bart. Ist der Filmprojekt klar? Genau, den würde ich ja machen. Okay. Der Rauch sitzt auf der Wired-Framm. Vergesst und nicht benutzt. Der Kabel hat ein Rektangular auf-button. A piece of paper still hangs from the printer. Ich schalte das Gerät ein. Die Maschine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing the recent play and print keys on the keyboard. The hatch on the machine central compartment is wide open. Auf einen Blick in das Fach. Es ist empty, wie eine Beehive, ohne ihre Brüte. Einige Kabel haben sich geblieben, verabschiedet. Das ist ein, ich weiß ich nicht. Das sieht ja aus wie ein Keyboard Ein externe, beziehungsweise der Film ist nicht drin. Der Filament, die du hast, würde perfekt in die Schleitze fitzen. Ich lege den Produktionsplan ein. Like a smooth drawer, der Filament slides in die Platz. An der Keyboard, die Play-Key beginnt zu blinken. Ruck of Play. A bar von Fabrik, auf der Keyboard, beginnt zu produzieren eine soft HUM. Der Sound der Static stehs durch die Maschine's Planer Magnetic Driver. Der Static wird louderer, slowly füllen die Abandonnungshorn, bis eine Sprache spricht, crackling und hult, in die Luft. Guten Morgen. Fortress accident, in Rue de Saint-Geselaine. Dies ist East Insulindian Rapid Station 1. A. Please repeat. Is this the production schedule? Was ist der Productionsplan? The filament you have inserted into the reader. No. So, danke für die Erklärung. Logisch das. That was a question. Have you inserted into the course? Yep. Good. Please repeat the password. Password? Of course it would have a password. That's why there's a human administrator involved. My password? I can't see my password. Could you give me a hint? No. A hint system is not part of the protocol for repeat stations. Is this my birthday? Still no. It's the police. I've known you better do this thing. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder for trust accident. Without filing a warrant with LinkedIn, I cannot give you access to these filaments. I am afraid we are not doing that. Unless we want to wait for a month. Oh. Now, can you please repeat the password? Can I have this password next? Received. I will register this login attempt. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Postgres accident? Is there anything else I can do for you today? Why did you call me fortress accident? Because it's my name. Fortress accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. Do you have any other information about this company? One moment. I can hear how it goes through a catalog before you read it carefully. If you read it carefully. Fortress accident SCR produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. That's not bad. And what is this interactive audio game? Any other questions? Yes, I am alive. I am 74 years old. And my name is Yvonne. 71. She repeats passwords. Programming people are all paranoid. Schön, aber wo sind sie? Woher wussten sie wo ich bin? Hmm. I work as a repeater at the East Insulindian Repeater Station. It's my job to know where you are, fortress accident. Hmm. As for me, well, I am sitting in my cubicle surrounded by a wall of radios. Hmm. Now, please tell me if there's anything else I can do for a fortress accident. Sir, the fire is all. Thank you and goodbye. With the noise, the voice of the old lady also disappears. The tiles on the cube are still smoldering. Casting the framework in a soft glow. Verescent play and print keys shine on the keyboard. I press print. Nothing happens. Hmm. We take the production plan. The filament slides out of its glowing mist. End. Oh. Okay. What do you think is going on with that computer, truck board and fireplace? Yes. That is the question. Yes. That is the question. It looks like one of those popular pen and paper role-playing games. Only these people were trying to automate it. Make it work on radio computers. Hmm. How did they have it? Through call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game. As long as they have a two-way radio. So. Then there is the game master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. Yeah. The spiel-leiter. His fascination has swept aside other concerns for the moment. He is a little hooked. Hooked. Coordinating so many games would take a whole switchboard of people. Possibly divided into sub frequencies. Hmm. Has anyone ever tried to do this? Not to my knowledge. They make automated games in Grad, Messina, Konigstein. You know, places with industry. Hmm. Not in Revershall West. Among the ruins. Oh, a bit schwierig. But I don't think anyone has attempted to create an inter-isolarly game before. We just don't have the technology. Hmm. Okay. Okay. Und das hier soll ja ein Rollenspiel gewesen sein. Indeed. Those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the Wii World Board Game, with heat death thrown in. Okay, okay. Super cool. Someone should give them millions of real. Immediately. This game is too good to be left unfinished. Super cool. Was ist Ihre Meinung nach aus der Firma geworden? No idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Meine Herren. Indeed. It's ambitious and untethered from reality, but... Der Lieutenant legt den Kopf zur Seite und denkt nach. Wenn Sie gedacht haben, dass Sie das in Krieg müssen, bekloppt gewesen sein. Nur eine Masche, um den Investoren Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Fluch hat Sie erwischt. Andere Erklärung gibt es nicht. Die Welt ist kalt und einsam. Sie würde Ihre Gesellschaft leisten. Lassen Sie es uns fertigstellen. Ja gut. Haben wir Geld? Warum gehen wir Ihnen nicht, wenn ich jetzt damit das Spiel fertigstellen noch größer machen kann? Hm. Ja du. Gerade du. Also ich. Klar. Das war nur eine Masche, um den Investoren Geld aus der Tasche zu ziehen. Scheint ja nicht geklappt zu haben. Wir dachten, dass Sie das in Krieg müssen, bekloppt gewesen sein. Träumer halt. Dieses Visionäre. Wir wissen ja nicht mehr, wer das ist. Ja. Lassen Sie es uns fertigstellen. Was sagt er dazu? It's too late for that, I'm afraid. Sein Gesicht macht sich eine Anleitung ins Lächeln bereit. Während er sich in den verlassenen Raum nimmt und sieht aus den Rohren pfeift, ist so eine Ratte. Häuscht über dem Boden. Okay. Let's keep moving. Okay, okay. Dre, war, scholl. Uah. Wie gruselig. Wie gruselig, wie gruselig. Noch zwei Real und Magnetium. Und Magnetium. Siehst du eine verrassende Eisbär mit einem falschen bau im Kopf. Die Tür ist in Frust und die Bärs Ecke sind blau. coca-cola ist vielleicht groß geworden das sieht wie ein riesiger eisbär aus ich breche die tür auf russes to greet you you hear a low grumble as the bear regulates itself this is the inside of a refrigerator the lieutenant takes a peek inside his hand has found the holster of his gun ganz ruhig kim es ist nur ein kühlschrank of course just a giant ice bear shaped fridge entspannt seine hand das harte lichter auf dem kühlschranktür fällt auf sein gesicht let's take a look inside ich sehe in den kühlschrank hinein the shelves are empty all you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name revashol ice city a handwritten note has been attached to the door the fridge is huge in den zettel von der tür you pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door ich untersuche einen der eisbeckungen im hinteren was soll denn ein riesiger kühlschrank in der gestalt eines eisbeeren überhaupt in einem verlassenen keller zu suchen good question it looks like an ice cream fridge der lutheran greift nach einer der verpackungen in dem ziemlich den augenschein so haben sie versucht mit diesem hyper carnivoren eis zu verkaufen ja soft drinks hat's funktioniert i know what an unfortunate marketing choice what is even worse the bear is still costing them money to this day der lieutenant deutet auf das rote gewundene kabel das vom kühlschrank wegführt the fridge buzzes with energy the electricity bill on this thing must be katastrophic ich lösse die tür ok so zettel the note is written with the blue pencil on a piece of lined office paper the kitchen magnets have left spots on its surface does it say anything interesting the lieutenant beugt sich vor um den zerknitterten zettel über deine schulter hinweg zu lesen this is tangential at best but the lieutenant's detective instinct is still active du lest den zettel also ich lese den zettel someone has scribbled s i can't believe the offsite copy is still here the illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio so i had to hide it somewhere safe ah kuno you'll find the filament memory with the offsite copy in the frozen ice cream maker please take it home asap it's important i'd do it myself if i lived in a civilized place with the freezer take care silly swaff fragen mich für diesen zettel geschrieben hat looks like someone from that radio game company upstairs i'm a little surprised they just left their property laying here vielleicht brüsten sie schnell weg that's a plausible hypothesis ja wer ist dieser unterbelichtete rotheurige bengleia kuno ne really you don't have a single guess sie meinen kuno oh i'm sure that child would love to get his hands on the filament memory even if he doesn't know what to do with it it's probably try to pawn it for speed based on our encounter um sie eine ahnung wo die eismaschine wo haben sie etwas ist los hier haben sie eine ahnung wo die eismaschine sein könnte i don't know i assume it's somewhere close to the iceberg fridge er ist mir bitte auf die früge was war noch mal ein film an den speicher ja das ding was ich hier da gefunden ab it belongs inside a radio computer storing its memory it's like a tape you listen to disco tapes right it's like one of your disco tapes only for a computer it's like the production schedule you found only this one's an off-site copy okay ich stecke den zettel ein mann ich stecke den zettel ein eine heismaschine abgetaut und vom strom getrennt alles ging schnell das ist ein versteckter durchgang erstmal gucke ich mich hier nochmal um richtig eine heismaschine die noch im betrieb ist das orange machine is buzzing like an old submarine it has a hand cranked ice cream turner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut reing the crank feels oddly satisfying like stirring your childhood dreams in the distance you hear water dripping from it is then du versuchst den der knall aufzubrechen also ich you slip your fingers under the frozen lid but the ice is too cold for you to get a good grip a pry bar would come in handy here no this is going to need something else some kind of super pry bar don't even try to open it with a regular pry bar you're just wasting your time if you want to try again then you need to have the pry bar in your hand yeah yeah equip the pry bar by going to the tools tab in your inventory from there yeah ich weiß weg to weg ich to nie this orange machine is buzzing like an old submarine it has a hand cranked ice cream turner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut ok ok 50 cent und nur so fett geht es hier noch weiter ja dann muss ich nochmal zurück ähm mal hier umgucken ich will weiter die Maus eingeschützt hier ist kein Durchkommen mehr high a thick layer of coal dust covers the furnace colouring it pitch black cindy night's all from it's dark and grimy here in the darkness you can hear chatter it's coming from above a voice or several voices talking to each other Das Echo ist so prominent, dass es nicht möglich ist, was die Sprüche sagen oder was sie produziert. Was machst du? Warte, wirklich? Wir sollten unterscheiden, sehen, ob jemand oben ist. Diese Stimmen, die ich gehört habe, vielleicht freuen sie von dem bösen Wesen her. Pleasance hat gesagt, dass sie in einem Kamin lebt. Du bist richtig. Die Stimmen sehen, wie sie verbunden sind, aber malignende Entenheiten existieren. Zumindest nicht der supra-naturale Art. Supra-naturale Art. Ich will ja nicht reinschreien. Und Gegentränen bringt auch nichts. Da kommt ja wahrscheinlich nur Staub oder so raus. Gut. Dann gehen wir da gleich nochmal gucken. Ähm, ja. Ey, da. Auf den Rohren sind zwei rostige Gewehre versteckt. Sie sehen unbrauchbar aus. Und hat ein paar kaputte Waffen unter der Decke verstaut. Alter Schwede! Ein paar Brücken sind weggefallen, herauszufinden ein Kaputte hinter der Wand. Es ist zu schmerz, um ihn zu sehen. Schauen Sie, da ist ein Loch in der Wand. Du riechst den Lichtkegel auf den hohen Raum. Wo sind wir? Nehme ich im Geheimraum rum. Ja. Schauen Sie, da sind noch an der Wand. Schauen Sie, da sind noch an der Wand. Okay. Steh rein. Deine Hand rechnet tief in die Schmerzen und Spiderweben. Umdrehen. Du findest rostige Rifeln, die weggefallen sind. Zieh mir die Gewehre an. Gewehre, come. Sind die überhaupt gut? Zieh mir die Gewehre an. Die meisten sind rostig und inoperabel. Wie die anderen. Aber eine, die du in deinem Augen träum. Ein Bult-Action-Model mit einem feinen Woodstock. In besserer Kosmetik-Ordere als die anderen. Das hier sieht gut aus. Eben das Gewehr. Das ist eine rare Sache. Sie scheint nicht mehr funktionierend zu sein, aber trotzdem eine wunderschöne Sache. Wie hat er doch gerade erzählt? Was hat das zu bedeuten? Das ist halt ein Waffenversteck. Das bedeutet, dass es Feuerwehr, obwohl es inoperabel ist, immer noch in Martinaise liegen. Es ist eine interessante Coincidence, würde ich sagen. Es könnte in Zukunft sein. Er mag dieses Find. Das ist aber nicht viel wert dafür, dass es so ein klassisches Gewehr ist. So. 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 So.